Krieger, ist das dein Zuhause? Mein Name ist Erik Treuschädel. Diesen Namen gab mir der große König Ragnar Lothbrok, als er kämpfte, um die Felder Englerlands zu durchpflügen. Wir gründeten Familien, stürzten Könige, umschifften Berge, kämpften, bis die Jahreszeiten wechselten. Doch er ist nicht mehr. Ganz Nordwege trauert König Ragnar nach. Ich kann mir kaum vorstellen, wie betrübt seine Krieger sein müssen. Nur sechs von uns sind übrig, seine treuesten Drangir. Aber ohne seine Stärke und Führung sind wir verloren. Ohne Ziel. Hier lernte ich, dass mein Leben mit dem von Ragnar verbunden war. Wir waren jung, jagten einen Bären, als wir auf diese Höhle stießen. Er erlegte ihn allein, mit einzig einem Messer, sprang dem Tier auf den Rücken, saß wie eine Fliege auf einem Drachen und brachte es zu Ende. Zusammen feierten wir seinen Sieg, als hätten wir die Bestie gemeinsam erlegt. Da wusste ich, dass ich für diesen Mann leben und sterben würde. Ich starb nicht neben meinem Herrn in Ellas Schlangengrube. Aber ich kann es richten. Kämpf mit mir, Krieger. Schicke mich zu ihm in Odins Halle. Da ging leer gusto. Ich bin, ich bin, Günther weib. Ich bin Unidos imיךasp boliv, Liebgge. Ich bin Claudia. Vielen Dank.